Also im Deli sind willkommen von jung bis alt, von Unternehmer bis Student, also wie unsere Bandbreite bezüglich Gäste ist sehr sehr breit. Unsere Spezialitäten des Hauses sind, wir machen hausgemachte Maultaschen und haben ganz spezielle Pasta-Gerichte und Salate. Wir fangen an bei 4,90 Euro und gehen hoch bis 15 Euro. Das Café Le Theater in der Stuttgarter Innenstadt, wir sind seit 20 Jahren für Kundschaft von 0 bis 80 hier für euch tätig. Unsere Spezialitäten sind unsere wechselnde Tageskarten. Unsere Preise bewegen sich zwischen leckeren Suppen für 4,20 Euro, geht über bis einen Zwiebelroschbraten in der Aktion für 7, 8 Euro. Bei uns ist jeder willkommen. Die Realität sind unsere Kuchen, alle. Der Preisrahmen ist pro Kuchen zum Mitnehmen für Mitnahmepreise 2,50 Euro, im Café für 3,50 Euro. Selbstverständlich ist alles hausgemacht. Wir nehmen keine Zusatzstoffe und haben natürlich auch von der Größe der Kuchen ein überragendes Echo auch bei den Gästen.